Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, dass alle der von Ihnen Obduzierten an Covid-19 gestorbenen Vorerkrankungen hatten und ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt hätten. Die Reaktionen darauf waren recht heftig. Spielen Sie die Gefahr durch Corona herunter? Also ich finde das nicht. Ich bin ja Wissenschaftler und ich stelle die Fakten dar. Ja, natürlich ziehe ich auch einige Schlussfolgerungen. Die Fakten sind so, dass wir bei uns hier in Hamburg bisher über 100 Corona-Tote sorgfältig untersucht haben. Die sind alle zwischen 50 und 99 Jahren. Das Durchschnittsalter ist bei 80 Jahren. Und bisher haben alle mindestens eine, aber in der Regel mehrere relevante Vorkrankheiten. Das ist ein Fakt. Aber Sie hätten ja trotzdem noch länger leben können oder können Sie das sicher ausschließen? Ich bin nicht allwissend und weiß nicht, wie lange Menschen auch mit schweren Krankheiten leben. Das ist völlig richtig. Ich kann aber sagen, dass viele von denen, die wir untersucht haben, tatsächlich in einem so moribunden Zustand waren, dass die Lebenserwartung eingeschränkt war. Aber damit will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir auch bei denen natürlich uns medizinisch sehr viel Mühe geben, um ihre Krankheit zu behandeln und das Leben zu verlängern, soweit das möglich ist. Das eine sind ja die Todesfälle, die Zahl der Todesfälle. Das andere aber ja die Gefahr einer Überlastung der Gesundheitssysteme. Die scheint ja doch real, wenn man sich die Bilder aus Spanien, Italien oder New York ansieht, oder? Ehrlich gesagt gestatten Sie mir die Rückfrage, warum gucken alle nach Italien, Spanien und New York und warum gucken sie hier nicht nach Deutschland? Zum Beispiel hier in Hamburg. Wir haben in Hamburg sehr viele freie Intensivbetten. Die Behandlung ist in allen Krankenhäusern völlig unbeschränkt möglich. Es ist so, dass das Gesundheitssystem rechtzeitig reagiert hat, dass frühzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind. Und beispielsweise bei uns im Universitätsklinikum, wo ich mich am besten auskenne, ist es in der gesamten Zeit so gewesen, dass nur etwa 60 Prozent der Betten ausgelastet waren und dass wir sehr viel mehr Patienten hätten behandeln können. Und die Situation hat sich bisher jedenfalls nicht dramatisch entwickelt. Nur um die Rückfrage auch aufzugreifen, natürlich, weil Italien und Spanien insbesondere offenbar einen zeitlichen Vorlauf hatten, also früher betroffen waren als etwa Deutsche und wir deswegen wahrscheinlich bessere Möglichkeiten auch hatten zu reagieren. Aber noch zu einem anderen Punkt, wenn Sie eben sagen, die Gefahr durch Corona, oder es klingt eben daraus, wäre doch durchaus übertrieben. Warum sollte das denn Ihrer Meinung nach so sein? Also wer hätte denn ein Interesse an einer solchen Übertreibung? Also ich bin Mediziner, ja, Rechtsmediziner. Ich habe ein Problem damit, wenn schon ganz am Beginn ein Präsident erklärt, wir seien im Krieg und eine Bundeskanzlerin die Situation mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, dass dann Ängste entstehen und dass man ein Killer-Virus imaginär ausmalt, was uns alle bedroht, das ist dann vielleicht nicht ganz unverständlich. Also ich plädiere ja für eine realistische Herangehensweise. Das ist eine Viruserkrankung, die wir bisher nicht kennen und die auf einmal als Pandemie auf uns jetzt zukommt. Aber auf der anderen Seite haben wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Ich kenne kein Bild aus unserer Region, bei dem tatsächlich jetzt Leichen en masse abtransportiert wurden. Ich plädiere im Gegensatz dafür, dass wir eben ja im Grunde der Regierung folgen, Abstand halten. Alles das ist okay, aber übertriebene Angst, Panik geradezu, dass jeder denkt, wenn eine Krankheit, wenn die Krankheit ihn erreicht, dass er dann sterben muss. Das ist völlig, völlig überzogen. Und wir können mit dieser Virusinfektion fertig werden. Das Problem ist nicht anders gelagert als bei anderen Viruserkrankungen, abgesehen davon, dass sie sich pandemisch ausbreitet. Und jetzt als neue Erkrankung. Ja, gucken wir noch einmal zum Ende hin auch auf die Rolle des Robert-Koch-Instituts, das ja sehr viele Daten und Einschätzungen liefert, die auch für die Politik als Grundlage dienen. Wie schätzen Sie denn diese Expertise ein? Das ist völlig in Ordnung. Es ist ein Widerspruch künstlicher beigeredet worden. Ich akzeptiere die führende Rolle des Robert-Koch-Instituts. Ich plädiere bloß dafür, dass wir tatsächlich bei den negativen Verläufen, also speziell bei den Todesfällen, genau hinschauen, dass wir versuchen, aus diesen negativen Verläufen zu lernen, die Krankheit besser zu verstehen. Das ist ja mein Anliegen. Die sogenannte Pathogenese verstehen, auch die stattgehabte Therapie kontrollieren. Der Goldstandard für die Erforschung einer solchen Krankheit ist eben die Untersuchung der negativen Abläufe der Toten. Und von den Toten lernen wir für die Lebenden. Das ist kein leerer Spruch. Wir müssen dort genau hinschauen und dann mit wissenschaftlichen Methoden versuchen, gegen das Virus so anzukämpfen, dass wir mit der Situation gut fertig werden. Professor Klaus Püschel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.